Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von YouNow Tennis. Heute mit folgender Spielsituation. Wir zwei spielen wieder ein Einzel gegeneinander. Ich habe mir heute etwas ganz besonderes für unser Einzel überlegt und zwar eine Aufschlagvariante. Ich stelle mich jetzt bei meinem ersten Aufschlag mal ganz weit nach außen und zwar in die Verlängerung des Doppelfeldes. Servier den ersten mitten ins Feld, du lässt ihn aber einfach durchgehen und sagst Moment mal Fußfehler. Ich sag ne ne, ich stehe ja hinter der Grundlinie. Mein Punkt. Frage ist also, wer hat recht? Die Auflösung finden wir in ITF Regel Nummer 18 und zwar steht da drin, dass man im Einzel nicht weiter Außen beim Aufschlag stehen darf, als der gedachten Verlängerung der Seitenauslinie. Ich stand ja in der Verlängerung des Doppelkorridors, zwar hinter der Grundlinie, aber tatsächlich also verstoßen gegen ITF Regel Nummer 18 zu weit außen. Du hattest recht, Fußfehler und 2. Aufschlag. Und solltest du auch mal zu weit außen stehen, schick uns einfach eine E-Mail an younotennisatseitenfahren.de und wir versuchen, dich wieder ein bisschen mehr in die Mitte zu kriegen. Also bis zum nächsten Mal.